Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marsch-Map. Vierfach ohne Gräben in der Version 3.1. Mein Unimog sollte aufgetankt werden, der hier. Dann machen wir das doch mal. Erst fahren wir aber eben hier gleich mal an diesen Abladeträger ran. Ach, das ist er schon. Man kann das hier schon abladen, sehr schön. Dann machen wir da zumindest schon mal ein bisschen Kompost wieder, wenn auch nicht viel. So. Und den fahren wir jetzt mal eben schnell hoch zum Hof. Zu tanken. Er hat nämlich nur noch 25 Liter. Und dann kümmern wir uns gleich mal darum, dass ein bisschen Milch zur Molkerei kommt. Ich weiß gar nicht, wie viel Milch ich da lassen kann bei der Molkerei. 60 Prozent, sagt er. Ich glaube 300.000. Naja, schauen wir gleich mal. Molkerei kriegt auf jeden Fall gerade Wasser. Das habe ich schon angestoßen. Ich habe auch Pflanzenwachstum wieder eingeschaltet, weil der Xerion auf Feld 9 war fertig mit dem Aussehen. Den müssen wir gleich auch noch zum Hof zurückholen. Der steht noch da mitten auf dem Feld rum. Ja, Unimorg sind geil. Unimorg und MB-Trag. Cool. Alles nicht mehr so zeitgemäß, aber cool. Kultige Fahrzeuge, muss ich wohl sagen. Einmal voll machen, das geht ja auch schnell bei dem, da passt ja nicht viel rein. Und wieder ab vom Macker. Ab geht er, der Peter. Meinen Hofladen kann ich auch bald zumachen. Nein, vielleicht bringe ich da nochmal Ladungen hin. Schadet ja nicht. Habt ihr das Wochenende da ja nicht gut überstanden? Ich hoffe doch. Ist doch heute Montag, oder? Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. In welcher Folge der Aufnahmesession ich gerade bin. Nein, es ist Montag. Letzte Folge dieser Session. Denke ich mal. Vielleicht fahre ich dann tatsächlich zwischendurch mal an, Livestreams zu machen. Wobei das natürlich dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber irgendwie die Folgen, die ich so produziere, das teilweise, je nachdem wie mein Zeitplan aussieht, ist das völlig okay. Dann habe ich echt, ich will nicht sagen Stress, aber dann habe ich schon gut zu tun. Alles so hinzukriegen, dass ich meinen Zeitplan einhalten kann. Aber manchmal ist es eben auch so, dass ich zeitlich einfach noch, dass ich, ja, noch freie Zeit habe. Und dann eigentlich gerne noch spielen würde. Und das aber eigentlich gar nicht kann. Ja, kann schon. Aber dann bin ich nachher so weit im Voraus. Habe ich so viel vorproduziert, dass ich dann auf aktuelle Änderungen und so gar nicht mehr, gar nicht mehr eingehen kann. So, das haben wir gemacht. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte den neuen. Den wollte ich. Den abkoppeln. Wollte mir das Fortuna-Fass besorgen. Weil ich es ganz vorbildlich tatsächlich hier reingestellt habe. Damit ich einfach mal ein bisschen mehr Milch hier wegkriege. Weil mit dem 30.000 Liter Fass, was ich da stehen habe, da reiße ich ja nichts vom Acker. Weißt du? Ich hoffe, dass ich mit dem hier Milch transportieren kann. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Du musst erstmal da weg. Ja, geht. Sehr schön. Weil ich habe hier so viel Milch. Ich habe über 400.000 Liter Milch da. Das finde ich schon ganz schön krass. Ja. So, jetzt werden wir die hier befüllen. Können wir nicht mal den Xerion vom Feld holen. Hier oben. Ja, hat keinen Kurs mehr. Sehr schön. Sehr schön. Und ab nach Hause. Und ab nach Hause. Der MB-Trag 900. Der macht fleißig Wasser. Noch Molkerei. Und guck mal meine ganzen Silage-Ballen. Ich kaufe mir gleich noch einen neuen Ballensammler. Die hier aus dem Multiplayer-Cam. Sehr schick. Nein, nein. Ich neig Kaffee. Ja. Ich incap kullan. Sauber machen und tanken. Ah, der gute Xerion, schon ein geiler Traktor, muss man schon sagen. Ja, sauber. Jetzt sollte aber auch... Waren wir schon mit Milch voll? Ja, auch schon voll. Dann fahren wir jetzt erstmal Milch weg. Kann nicht schaden. Follow me! Was bloß gleich ganz wichtig ist, ist die Tatsache. Aber es ist der Fakt, dass wir erstmal den Hunderttausender leer machen. Weil ich nämlich nicht weiß, wie viel ich genau los werde. Und ich will mir das Fortuna-Fass jetzt nicht dann noch mit 20.000 Liter Milch oder so blockieren. Aber ich hätte gerne, dass das zuerst leer ist und dann kommt der hier leer. Dann gucken wir mal, wie viel die wir das machen. Und ich weiß nicht, dass das ein Studierer... Hinterher rennen, hinterher rennen. Und der Bretter da jetzt voll rein? Nee, tut er nicht. Erstmal machen wir jetzt die Hunderttausend Milch leer. Ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Hunderttausend Liter. Das könnte schon knapp werden, die überhaupt loszuwerden. Na ja, können vielleicht gerade so gehen. Naja, gut. Wie viel ist das? 281.250. Aber gut, dass ich es so rum gemacht habe. Andersrum hätte es nicht gepasst. Weil das andere Fass bekomme ich nämlich jetzt nicht leer. Da sind nämlich 30.000 drin. Naja, hat hier erstmal da genug zu tun, aufzutanken. Und ihr werdet sehen, ich kriege das Fass nicht ganz leer. Habe ich ja gesagt. Gut, dann lassen wir den doch erstmal hier stehen. Wunderbar. So. Ähm. Das wollten wir machen. Wo waren wir bei? Weltstofffabrik. Wollen wir hier noch Fahrzeuge stehen? Ja. So. Dann kann ich mir zwei Anhänger stellen. Alles klar. Sehr gut. Besuchen wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Mit der Produktion. Ich habe ja alles auf einfach stehen. An der Zeit her. Das wirkt sich natürlich auch auf meine Produktionen aus. Das es hier natürlich nicht so rasend schnell alles läuft. Macht aber ja auch nichts. Jetzt sitzt ja niemand. Ich will die, ich will das Papier fertig haben. Ich möchte gerne den Eierauf in Gang haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wunderbar. Das läuft. Das läuft auch. Der läuft. Okay. Big M. Hier unten. Ist beim zweiten Vorgewände dabei. Ja. Gut. Was machen wir? Wir kaufen uns einen Ballen-Sammelwagen. Und zwar aus dem Fliegel-Pack. Machen wir uns einmal den MAN. Agrarreifen-Lenk-Achse. Design. Universal Autoload. Aufbau Standard. Abstreifkante Nein. Holz. Warnteil. Und dann da. Und dann holen wir uns dazu noch. Und dann da. BPD 180. Das hatte ich als Felgenfahrer. Rad Setup. Das hatte ich als Felgenfahrer. Rad Setup. Ja. Universal Autoload. Der Schlafkante Nein. Bootflug. Ja. So. Da steht er. Der Gute. Na ja, gut. Egal. Den nehmen wir. Wunderschön. Der ist nämlich richtig cool, was das Abladen angeht. So. Und jetzt müssen wir erstmal. Ach, Quatsch. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass diese ganze Tastenbelegung nicht mehr so ist, wie ich sie kenne. hier. Und bei. Ja. Ultima 1.50. Was er alles laden kann. Dann fahren wir doch mal los aufs Feld. Und holen mal Silageballen. Du brauchst meine Gesichter nach Risiken. Sch wenn das nicht gut geht das ist jetzt ein autoload das können andere auch das ist gar kein thema aber das abladen nachher ist cool das ist richtig cool voll hinten schönen trigger bereich ist echt super ich glaube davon gibt es ja auch für einen it-runner diese für den hakenlift gibt es ja auch so eine plattform ich habe zwar vier stück aber hier sind glaube ich ein stück cooler nicht auf die leitplanke fahren ganz wichtig und den grasball den momentan mal liegen lassen interessiert uns jetzt mal nicht nein nicht umkippen danke knapp so zwei ballen noch und das war's jetzt geht's ab zur mischfutter fabrik also den hier würde ich auch wirklich eigentlich im moment erstmal nur bebeilen haben dieses gespann wenn ihr gleich die abladefunktion seht das ist zwar schon geil dass mich daran also an der an der ganzen nummer stört ist dass der anhänger nur 28 paletten laden kann und nicht 32 denn hier gibt es auch als auflieger er kann allerdings auch nur 28 paletten laden und meine auflieger bisher können 32 laden das sind vier stück jedes mal weniger und wenn ich dann einen gespann fahren mit zwei aufliegern das sind acht paletten weniger die transportieren kann ich bin mir da noch nicht so sicher was ich mache hier ist jetzt die die mischfutter fabrik und jetzt jetzt lasst euch überraschen jetzt guckt ich muss eben gucken wieso geht denn das nicht külstand 18 von 18 das ist cool dass er so ein hat hat aber wieso kann ich normalerweise kann ich ihm hier sagen wo er abladen soll so ablade seite auflieger ja klar ablade seite links so jetzt das war's jetzt kann ich nämlich ihm hier sagen wo er hinladen soll ich kann ihm sogar die höhe eigentlich sagen abladen 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 das ist richtig cool dann kann ich eben hier nämlich auch wieder sagen da weiter rüber das haben nur zwei stück nicht da muss ich eben einmal aussteigen Naja, gut, drei Stück hat er nicht. 264.000. Das ist nicht so schlecht. Achso, ich wollte gucken, wie hier allgemein der Stand ist. Ich meine, dass er kein Gras hat, weiß ich ja, sehe ich ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meinte damit, mit dem Zack. Schon geil. Also wirklich. Da hat schon jemand was Tolles gemacht. Ohne Frage. Ohne Frage. Cool. Und wir holen jetzt gleich mal die nächsten Ballen. Wir könnten jetzt eigentlich erstmal eine Runde Grasballen holen, weil dann kann die Fabrik schon mal wieder arbeiten. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Die Folge ist schon wieder rum. Ich habe eigentlich noch voll Bock zu zocken. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Oh. Naja, können wir ja später noch mal. Brennt uns ja nicht weg. Also die Ballen hier, die habe ich ja noch auf der Single-Karte gepresst. Seitdem liegen die hier. Also daher keine Gefahr, dass uns hier irgendwas abhanden kommt. Hier habe ich gar nicht so viele auf diesem Feld. Naja, vielleicht kriege ich ja hier die Ladung. Zumindest voll. Na, 26 Stück liegen hier aber nicht mehr. Denke ich. Aber egal. Kann ich trotzdem schön vielleicht schon mal Mischfutter produzieren. Das machen wir ja auch immer. Letzten drei. In einem Feld lag noch einer. Da fangen wir nochmal eben hin. Da liegt ja auch noch einer. Katastrophe. Wie habe ich das denn nicht vorher gesehen? Gibt's ja gar nicht. Dann kann ich eigentlich die restlichen auch noch eben voll machen mit Silageballen. Okay. Muss ja eh alles dann dahin. Wenn wir schon mal da sind. Bleiben wir dann gleich hier, ne? Okay. Sind voll. Also wieder zur Mischfutterfabrik. Ich muss mal fein säuberlich alles abladen. Das Gespann würde ich dann glaube ich auch direkt hier stehen lassen. Dass er hierfür eigentlich immer braucht. So geil. Ich muss mal. Okay. Okay. So, jetzt kann hier gearbeitet werden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Und ja, abonniert mich. Und wenn ihr morgen wieder zuschaltet, dann freue ich mich natürlich noch viel mehr. In diesem Sinne sage ich dann mal, Tschaui!